Toll, ein Karnotaurus. Diesen Jäger erkennt man an seinem gehörnten Kopf, der ihn echt rebellisch aussehen lässt. Die starken Beine machen ganz schön Strecke, also geht man ihm wohl besser aus dem Weg. Dieser Saurier ist echt natt. Warum sollte man die Saurier wiederbeleben, wenn man sie nicht unterhaltsam und spannend präsentieren kann? Und Profit aus ihnen schlagen kann? Dazu haben wir Isaac Clement. Er stellt die Show auf die Beine, nicht den Rest. Haha. Ja. Wollt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.